4. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. the sky is gonna die auch wieder den hero für das team der im zweifel ist immer noch eine der geilsten waffen oh mein gott wird der shit immer noch so geil ich höre so eine geile waffe aber Brand Munis, so eine gottlose Scheiße. Oh, wow, 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 wow. Oh, das war keine gute Cell von mir. Wobei ich habe eh noch genügend Plates. One HP Gang. Bin ich nochmal in die Bude hier rein oder was? Ich habe Angst, dass der Heli irgendwie, den Heli auf mich stürzen lässt. Geht die Arme, ja. Tut mir wirklich leid. Tut mir wirklich leid, aber ich kann auch nichts dafür, dass er loadert hier vor meiner Nase liegt. Geht die Arme. Ich habe Auto-Aim, ach so, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das gar nicht gesehen, weil das rechts einer lag. Null. Alter, was war das denn für ein Sound? Habt ihr das auch gerade gehört? Als ob der außen war, links. Als ob er sich bewegt hat. Der saß da einfach in der Ecke. Die E-M2 ist so geil. Oh, er hat ja kein Self, ne? Oh, er hätte mich verhessen können. Just stay alive, please. Das war am Leben, Jungs. Nein, nein, nein. Challenge nicht. Sind wir hier oben noch in the Zone? Ja, ne? Ich muss da eigentlich landen und die challengen. Weil wenn wir die killen, dann werden wir dicklos. Wer macht hier den Gasmasken-Play? Sind hier alle da hinten? Oh, der muss nicht schnappen. Nein. Ich glaube, du fandest auch nochmal Shit. GG. Schöner Win. Schöne Lobby auch. Mal, wie viele Kills meine Teammates haben. Okay, so hat der eine ist klatschgegangen. Ich habe es gar nicht gesehen. Der Einer hatte, der hat jetzt sieben, der hatte eben auch, der hatte einen auch. Die hatten alle einen. Geschlecht, der war eines klatschgegattet. Darum liefen so viele Leute immer. Haben die, wollen die Wins farmen oder haben die keine Zeit? Die wollen einfach mehr zocken. Nein, das hat er sich gemerkt, Digga. Felix hat mir direkt screenshot geschickt. Ne, das Geile ist, ich schicke so ein Bild vorher, als er mich getötet hat. Ein Kumpel, ja? Der auf der Arbeit sitzt. Der macht direkt den Stream an, guckt mit und macht ein Bild davon, wie ich ihn töte. Alter, was muss ich denn tun, wie ich hier? Ey, ich rufe doch hier gerade mit dem Chef, bro. Nice, help. Let's go. Chef, was seht ihr bei euch, Jungs? Komm, zeig nochmal die Birne. Oh, hat er mich gesehen? Okay, ich bin jetzt auf die Range mit der PPSH. Wird schwer. Die PPSH hat so einen ganz komischen Siegholdern. Das ist, als ob die Waffe so zwei Promille hat. Wenn Unlimited wieder aus dem Local Pub nach Hause zölpert, weil er bei seinem Handy klingelt, weil er wieder Hupe Paul oder viel zu anderen den Chat spammt. Seht ihr, wenn man damit schießt, da geht die Waffe so... Guck mal, ich habe keine Ahnung. Ich habe gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist einfach mega weird. Deshalb finde ich es echt schwer, mit der teilweise zu treffen auf Range. Da oben, dann gehen wir rein mit der PPSH vom Boden. Wenn er sich jetzt bewegt hat... Okay. Ich habe ihn wieder nicht gehört. Also die STG macht unfassbar viel Spaß. Ich finde noch irgendwie, ohne Schally ist er bei der K genauso. Ich finde, ohne Schally machen die Waffen direkt mehr Spaß. Ich habe ihn wieder in die Ecke. die hat ja meine waffen genommen wer hat meine itra burst ich bin so angestiegen die meck henn hier ist so shit gebaut ein heiliges kanonenrohr bitte nicht herunterspringung ja also was hier schon wieder abgeht ich kann keine kuren wollen ich habe ihn noch nicht oder nein Schnell mich entmuten mit den Jungs noch mal reden. Die haben ja nichts gesagt bis zum Ende. Hey, GG, guys. GG, bro. GG. I wanted to go to the Vive, but I had no chance. They were already there. I was gonna go for a revive. Neue Meta, Itra Burst plus STG with Red Dot, dude. Der Typ uns jetzt hier killen. Aha, ich hab früher angefangen. Scheiße. Hätte ich gewusst, dass er mit Diamati spawnen. Was ist denn das hier für ein crazy dude? What do you say? Nee. Wo ist denn wieder der Dude? Es kann doch nicht dein Ernst sein. Ich bin nur ein bisschen beschäftigt. Oh, okay. No problem, man. Meanwhile, I'm gonna kill our bounty. Is that okay? Hm. Those masters have fight, man. Bounty's dead. Nice, bro. We're getting loadouts for the team right now. There you go, guys. Hello, I see. Where are you from, man? Where are you from? You're from the UK? French. French? Ah, okay. But I can speak German or English. Okay. That's cool, man. Let's talk English, if you want. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Good guy. AFK. Wanna push? Yeah, we can push that. Why play with the mouse, bro? I am. Oh, you play with the mouse? Yep. Okay, okay. I play with the controller, man. I don't know, bro. I want you in front of me. I got him. I got him. Oh, my God. I don't know how to kill your mouse. Damn. You got this, man. You twisted with mouse. Trust me. No, how quickly did he kill me? I'm safe. Actually, I'm not safe. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I have to camp. I have no place. Wait, is this guy strong, man? Damn! Yeah, really. I like you, bro. Behind you. Behind you. Behind you. Oh! He's right there. Oh, shit. What? What? Where did he go? I have no team, bro. One's on me here. Alright. But I got a UAV. I'm using that. Oh, man. Help me survive, is it? Yeah, I can. I can, yeah. Coming from behind. No homo. From behind, dude? Yeah. Coming from behind. I kinda wanna get involved there. Yeah. This guy has sailed. Yeah. Yeah. There comes. It's class. Just accept that he is dead. Of Asian Dark Souls. Are you down? No. I hit this guy multiple times. Yo, kill yourself. Kill yourself. Kill yourself. I might be able to buy you back here, my friend. I got you. Thank you, bro. No problem, my guy. I got you, man. I don't know if... I don't know if I can survive, but... Yeah, you can, easily. Damn, I jumped down, bro. Wait, did they jump down? No, they are... I go... I slide... I slide on the throw, bro. Damn, there are three in the house. You caught me three times. How is this possible, bro? I'm dead now, shit. Nothing I can do. I'm dead. I'm dead. Bro. It's three of them. I... Shit. GG, unlucky, man. Good try. GG. I stop riding on a ballink, guys. Okay, I just think. I'm not crazy.